...und, das war jetzt der Anfang von der Juniorenkategorie. Die erste M19-Boot in der Regengemeinschaft aus Biel und aus Basel. Ich habe sie noch nicht erreicht. Wir sind hier natürlich ausgerüstet mit GPS an den Boten und das ist eine kleine Verzögerung natürlich. Wir sind hier auf dem Rundweg, die ersten drei Boten und kurz vor dem Ende dann das nächste Boten, das ist der Seeklück Zürich.